Quantensprung von der Menschheit und der Erde. Wir sind alle mittendrin in dieser grossen Transformation unseres Planetens und seinen Mitbewohnern. Es ist so, dass die Erde sich die letzten 5000 Jahre zur Verfügung gestellt hat, für schwer erziehbare Echos inkarnieren könnten. Entschuldigung, wie für die Schule für schwer erziehbare Egos. Zusammengefasst bedeutet das in den letzten 5000 Jahren war Krieg auf diesem Planeten, niedernde Schwingungsfrequenzen im Sinne von Neid, Wut, Hass, Eifersucht und extremst hat die Welt die Gier regiert. Alles Aspekte des Egos. Und auch ich bin jetzt hier inkarniert. Auch mein schwer erziehbares Ego ist mitgekommen. Ich bin nicht der Auserwählte, der das alles nicht hat. Nein, ich gehöre auch dazu. Das heisst, diese liebevolle Planet Mutter Erde hat sich in den Dienst des Universums gestellt und hat gesagt, hey, es braucht diese Orte, auch in der Galaxie, auch im Universum, wo wir schwer erziehbare Egos auch ausleben können und dürfen. Und nun ist der Moment gekommen, dass ihre Aufgabe beendet ist und sie gerade im Aufstieg ist. Also sie erhöht die Frequenzen, die Schwingungen der Erde massiv, schnell, wie ein Lift, wie ein Lift, der jetzt nach oben fährt. Das bedeutet, wir waren alle im Art Kindergarten für schwer erziehbaren Egos und jetzt, wenn sich die Schwingung schnell erhöht, gehen wir durch Schulklassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dann Gymnasium, dann Universität, dann Bachelor und dann Meisterschaft. Es ist eigentlich eine innere Meisterschaft, die gerade global durchgeführt wird. Das heisst, wenn sich die Schwingungsfrequenz erhöht, wird mein Ego-Anteil, mein schwer erziehbares Ego drückt jetzt unten an den Keller Decke. Das bedeutet, all die Themen drücken unten an die Decke und müssen angeschaut werden und intensiv innerlich transformiert werden, sodass alles abdampfen kann. Das ist so wie Eis, das gerade am schmilzen ist und wenn es noch wärmer ist, wird das Wasser zu Dampf und das Dampf dampft dann ab. Das ist wie das Ego ist jetzt gerade am Abdampfen. Das bedeutet aber für uns alle zusammen eine intensive Zeit auf diesem Planeten und das sehen wir gerade auch global mit den Kriegen, mit der Wirtschaft, mit den Finanzen, mit dem Zwischenmenschlichen und auch was ganz extrem ist gerade ist, ist diese dualen Kräfte, Meinungen, ich bin dafür, ich bin dagegen, Mann und Frau, Reich und Arm, Schwarz und Weiss, Kultur hier, Kultur da, für das Geld, gegen das Geld, für die Spiritualität, gegen die Spiritualität, alles ist gerade am Hochkochen, von dieser dualen Kräfte. Aber es gibt die Möglichkeit, all dies in Liebe zu transformieren in sich. Es ist die Zeit auch jetzt für ein grosses Zusammen, denn zusammen schaffen wir eine bessere Welt. Jeder für sich schaut bei sich, im Keller, in den Themen und wir räumen auf. Und gemeinsam räumen wir auch auf, weil was ich löse in mir, löse ich es für uns alle. Und was du löst, wir alle lösen, lösen wir für jeden Einzelnen und nicht nur für die Menschheitsfamilie, nein auch für die Tierfamilie und auch für die Pflanzen, Flüsse, Berge, Bäume, für die pure Natur, für Mutter Erde, ja, sogar für die geistige Welt. Da sind ganz viele Helfer, auch mit uns dabei, für diesen Aufstieg, so dass wir jetzt einander allen die Hand reichen und es ein grosses zusammen sein darf, so dass wir unsere wahre Natur entdecken. Wir sind glückselige, lebensfreudige, energievolle Wesen. Das sehen wir als Kinder. Wir waren alle so. Und wo ist es jetzt hin? Wo ist unser Lachen? Wo ist unser Tanzen? Wo ist unser Singen? Wo ist unser Zusammensein? Wo ist das alles hin? Es ist alles noch da. Es ist gar nicht so weit weg. Und wir sind alle ein liebevolles, liebendes Wesen. Und alles andere ist ein Missverständnis. Ein grosses Missverständnis. Ein Missverständnis mit uns selbst in unseren Gedanken. Denn Gedanken sagen die ganze Zeit, du musst Angst haben. Mach dir Sorgen. Das geht nicht. Nein, die bessere Welt wird nie kommen. Schau sie doch an. Also ist es möglich, diese innere Meisterschaft mitzumachen, so dass Gedanken durchschaut sind. Dass es still im Kopf ist. Endlich still im Kopf. Dass Gefühle und Emotionen ins Reine kommen. Dass der Körper ein wunderbares Werkzeug ist auf diesem wunderbaren Planeten. Und für diese intensive Zeit, für diese transformierende Zeit, habe ich das Gefühl, es wäre gut, wenn wir uns helfen. Und dafür habe ich jetzt dies geschaffen. Eine Begleitung. Eine Begleitung in Form von Live-Zoom-Abenden. Über fünf Monate. So dass wir uns zweimal im Monat, circa 14-tägig, treffen können via Zoom. Und ich euch begleiten darf in dieser tiefen Transformationsphase. So dass wir diese Themen, Schichten, alle durchschauen können. Ich begleite alle an Satsang-Abenden. Einmal im Monat ist ein Satsang-Abend. Wir starten am 5. Februar. Und das bedeutet, Satsang bedeutet Zusammenkunft der Wahrheit. Wir beleuchten das Ego, wie es funktioniert. Denken funktioniert, Gefühle, Emotionen, Wahrnehmung, Welt. Wer bin ich wirklich? Und das schauen wir uns alles zusammen an. Ich spreche am Satsang-Abend und dann öffne ich den Raum für euch alle. Jeder darf mir persönliche Fragen stellen. Weltliche Fragen. Spirituelle Fragen. Fragen zu allem, was gerade in dir brennt, in dir transformiert werden möchte oder du wissen möchtest. Und die Fragen schauen wir uns alle zusammen an. Beleuchten sie, durchleuchten sie und vieles erlöst sich gleich. Oder geht in heilende, erlösende Bewusstseinsprozesse. An jedem Abend mache ich auch eine intensive Heilsession. Via Fernheilung. Für uns alle. Für jeden Einzelnen und für uns als Gruppe. Denn alles, was wir lösen, lösen wir für unsere Menschheitsfamilie, Tiere, Pflanzen, Mutter Erde. Fürs ganze Universum. Alles lösen wir. Wenn wir es in uns lösen, lösen wir es für uns alle. Einmal im Monat, also fünfmal die Satsang-Abende und fünfmal einen Themenabend. Die Themenabende sind dann speziell einem Thema gewidmet, wo wir viele Themen schichten und alles, was dazu gehört, betrachten, beleuchten, durchleuchten und in uns erlösen. Denn erkennen wir die Wahrheit darin, sind wir frei davon. So dass wir alle Missverständnisse in uns, mit uns und mit der Welt lösen dürfen. So dass sich die Ego-Kräfte, das schwer erziehbare Ego im Keller, sich immer mehr verlichtet, durchlichtet und abdampft und erlöst. Die Themenabende sind wie, was sind Beziehungen? Finde deinen Traumprinzen oder deine Traumprinzessin. Vielleicht ist sie schon da oder nicht. Wie funktioniert Beziehung? Wie funktionieren? Wie sind Beziehungen zu Familie, zu Angehörigen, zu Nachbarn, zu Chefs, zur Welt? Wie heile ich alle Beziehungen? In mir. Die dualen Kräfte. Was ist das? Wie verschmelze ich in mir mit der Dualität? So dass in mir die Einheit erwacht und das die Glückseligkeit bringt, die Lebensfreude und der inneren Frieden. Ein Themenabend wird dem Inneren und Äusseren und Weltfrieden gewidmet. Auch dort schauen wir überall hin. Und es gibt noch viele andere sehr spannende Themenabende. Und auch dort habt ihr alle die Möglichkeit Fragen zu stellen. Und wir beleuchten auch die Fragen und die Themen und die Schichten alles so, dass ich alles erlösen darf. Die fünf Monate, die zehn Abende werden alle aufgezeichnet. Wenn du am einen oder anderen oder an mehreren nicht live dabei sein kannst, hast du einen Bereich, wo du alle Videos hast. Alle Abende aufgezeichnet sind. Und du kannst sie in deinem Tempo anschauen, so wie du möchtest. Und auch wiederholen, wann immer du möchtest. Es wird keine Aufgaben geben im Sinne von herkömmlichen Aufgaben. Sondern all die Abende beginnen wir zu integrieren in uns. Durch achtsames Wachsein beobachten und beleuchten wir, was wir angeschaut haben. Und in deinem Alltag wirst du immer mehr erkennen, ah, das ist das, das ist das, das ist dieses Missverständnis. Und ganz sanft, liebevoll und leicht transformiert sich etwas in uns. Wie eine Raupe, die sich transformiert und als Schmetterling erwacht und in die Welt hinausfliegt und leuchtet und liebt. Die fünf Monate, die zehn Zoom-Abenden, kosten 288 Euro. Ich habe den Preis versucht, so niedrig wie möglich zu halten, damit viele Menschen dabei sein können. Man kann auch in fünf Raten bezahlen. Und lass dich darauf ein, auf diese Reise. Es ist die grösste Entdeckungs-, Abenteuer-Entdeckungsreise im Universum. Denn lass uns das grösste Wunder im Universum zusammen entdecken. Nämlich uns selbst. Es wird auch im Paket noch eine CD sein. Also eine MP3, die es nicht mehr gibt mit geführten Meditationen, wo ich spreche. Die kann man auch immer wieder täglich oder alle paar Tage anhören. Die helfen mit auf dieser Reise. Nun gut. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist auf dieser Entdeckungsreise. Die grösste Entdeckungsreise zu uns selbst. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.